Ja, wie kommt man im Befeni-Vergütungsplan ganz nach oben, also wenn du Vertriebspartner von Befeni bist, den Marketingplan, Vergütungsplan stürmen möchtest, dann habe ich für dich zwei wichtige Facebook-Updates, zwei Funktionen, die du eben nutzen kannst, damit du weiter nach oben kommst. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin der Willi, ich komme aus dem Network Marketing. Im siebten Monat war mein Monatsumsatz bereits 210.000 Euro. Ich habe das nur mit Facebook gemacht, ohne Namensliste etc. Und ja, unterhalb von diesem Video findest du den Zugang zu meinem kostenlosen Training 110 Partner in 30 Tagen. Der Befeni-Vergütungsplan. Es geht nicht darum, dass ich ihn jetzt inhaltlich erklären möchte, sondern zwei Punkte. Punkt Nummer 1 sind sogenannte Reels. Kennst du Reels? Glaubst du, dass du damit im Marketingplan nach oben kommen kannst? Ja, ganz bestimmt. Ich habe den einen oder anderen Befeni-Vertriebspartner in meiner Facebook-Gruppe und auch bei meinen Kunden und wir haben vor einigen Tagen ein Projekt gemacht, Reels. Kurzvideos. Kennst du sicher von TikTok. YouTube wollte ich sagen. Bei YouTube heißt das übrigens Shorts. Und der Ralf, ein Vertriebspartner, hat noch nie Kurzvideos gemacht. Und er hat so ein 8-Sekunden-Kurzvideo gemacht und hatte innerhalb von vier Tagen 121.000 neue Personen erreicht. Aber nicht irgendwelche, die sich zum Beispiel für Comic interessieren oder für Memes, sondern Menschen, die sich für Network Marketing interessieren, für Nebenjob, für Geld verdienen von zu Hause. Und diese Reels, die solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Du solltest sie wirklich machen. Du solltest sie richtig machen, weil du dann nämlich sehr, sehr schnell die nächsten Stufen im Vergütungsplan bei Befeni erreichen kannst. Logisch. Wenn du viele neue Kontakte bekommst, deinen neuen Vertriebspartner auch wieder schnell Kontakte, dann kann das wirklich ganz, ganz schnell gehen. Der zweite Punkt, um im Vergütungsplan von Befeni nach oben zu kommen, sind die neuen Linksticker. Wir haben grundsätzlich ein Linkproblem. Das heißt, die Befeni Website ist sehr, sehr schön gemacht. Wenn du aber jetzt als Vertriebspartner diese Website auf Instagram oder auf Facebook teilst, dann erkennt das der Algorithmus und zeigt dein Posting nicht an. Das heißt, deine Freunde, deine Gruppenmitglieder oder deine Fans sehen dieses Posting nicht. Aber hier gibt es jetzt eine legale neue Möglichkeit. Und zwar, es gibt die sogenannten Stories. In den Stories bei Instagram und bei Facebook gibt es die Sticker und ein Sticker, der in den nächsten Tagen bei dir freigeschaltet wird, ich habe es schon gesehen, ist der sogenannte Linksticker. Du gehst in eine Story bei Instagram, bei Facebook, gehst auf den Linksticker und dort kannst du dann einen sogenannten externen Link reingeben. Also den Link zur Befeni Partnerseite, den Link zum Befeni Shop. Und dort gibst du den Link rein und da ist es auch so, dass du keine Reichweite verlierst. Und jetzt stell dir mal vor, wenn das deine Vertriebspartner auch machen, wie viel mehr du hier verkaufen könntest. Punkt Nummer 3 zum Befeni Vergütungsplan. Ich habe hier ein Training für dich vorbereitet, wo ich dir genau zeige, wie ich selbst in 30 Tagen 110 neue Vertriebspartner gewonnen habe mit meinem System. Ich führe dich Schritt für Schritt durch. Wenn du offen bist dafür, lade ich dich herzlich ein. Unterhalb von diesem Video findest du den Link. Und soviel zum Vergütungsplan von Befeni. Rock it. Schöner Stappist. Bye bye. Ciao, ciao.